Hallo, ich bin die Daniela Egelsäder, ich bin Bewegungstrainerin für Tiere, also im Besonderen für Hunde, Katzen und Pferde und ich arbeite jetzt gerade mit der Geri. Die Geri ist schon unter 10 Jahre alt, die Sponshaken operiert worden in der LWS, also in der Lentenwirbelsäule, vor 2-3 Jahren erzählt kann. Mit der Geri arbeite ich jetzt schon 1-2 Jahre. Sie hat Probleme mit den Gelenken, es darf also in Arthrose sein, man merkt jetzt natürlich durch das Wetter gut, es wird wieder kalt draußen, es wird feucht, der Wind geht richtig, dass die Tiere einfach zunehmend in dem Bereich wieder Probleme haben oder dass sie mehr Schmerzen haben. Und durch diese Massagen, die ich mache, ist so, dass die ganze Durchblutung angewebt wird, es ist gut für die Muskeln, die Sehnen, die Bänder, es wird die Gelenksflüssigkeit, die Synovia angeregt. Und wenn er der Lebeneffekt ist, das ist für ihn sehr angenehm, so dass er entspannt ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.